Okay, und wenn man jetzt mal die Funktion zeigen könnte? Ja, mhm. Okay, und der dritte Schrank, der ist fest. Achso, mhm. Weil da auch die, äh, die Abatur ist. Hm? Ahja, okay. Weil der hat ja da auch so'n, ähm, so'n Stecker. Achso, hm, okay. Die tut übrigens, der Stecker war noch nicht. Achso, ah. Ja, das hat man manchmal. Ich hab auch schon Mieter gehabt, die... Ja. 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 Ja.